Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Ben Masterful. Der Fatbiker ist wieder mit einem neuen Fatbike-Video am Start. Und zwar habe ich heute das wunderschöne Vakole SG20 im ersten Eindruck mit 250 Watt Heckmotoren. Mit diesem Video wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Und da haben wir das schöne Stück. Das war Kohle SG20. Ja, sieht auf jeden Fall richtig schick aus. Ich mag den Rahmen total gerne, das Design. Also für mich eins der schönsten Fahrräder von Vakole. Auch hier das Design, wie man da einfach den Akku im Rahmen integriert hat, finde ich richtig schön. Auch die Lackierung, wieder dieses Orange. Hier kann man auch schon so ein bisschen durch die Felge die fette Bremsanlage sehen. Kommen wir natürlich gleich noch zu. Und ich bin jetzt, ja, ich würde sagen, einen Kilometer gefahren. Nicht wirklich viel. Aber ich denke mal genug, um mir einen ersten Eindruck dann jetzt auch bilden zu können. Denn genau das soll es sein in diesen ersten Eindruck-Videos. Ich möchte von den Bikes immer einen ersten Eindruck vermitteln. Ich habe es gestern Abend ausgepackt. Lichttest noch nicht gemacht. Wie gesagt, jetzt einen Kilometer gefahren. Bin gerade noch dabei, so die Bremse einzubremsen. Was mir hier bisher gefehlt hat. Was ihr aber natürlich auch noch im Vorstellungsvideo auf meinem Hauptkanal Benmaster vorsehen werdet. Ich mache ja immer so den ersten Eindruck auf diesem Kanal. Vorstellungsvideo auf meinem Hauptkanal. Dann mache ich einen Reichweitentest mit den 20 Zollern. Bisher nicht. Aber dann auch nochmal ein 500 Kilometer Review. Es kommt auch wieder hier. Und irgendwann nach einem Jahr mache ich nochmal ein Jahresreview. Ich bin auf jeden Fall, was die Formate angeht, glaube ich auf einem ganz guten Weg. Pro Fahrrad ordentlich ausreichend Videos machen. Ja, sieht auf jeden Fall noch sauber und neu aus. Achso, genau. Ich wollte euch ja was zur Bremse erzählen. Und zwar ist es tatsächlich so, Bremsscheibe und Reifen sind nicht miteinander montiert. Also war jetzt bei mir der Fall. Und bei mir fehlten auch die sechs Schrauben für die Bremsscheibe. Da musste ich jetzt tatsächlich in meinem kleinen privaten Lager so ein bisschen mal gucken. Aber ich hatte gerade bei AliExpress Schrauben bestellt. Einfach mal so, die waren gerade ein Angebot. Die waren recht günstig. Ich hatte eh was bestellt. Irgendeinen Clip-Adapter für eine GoPro oder eine Insta. Und die gibt es in Deutschland immer für den 10-fachen Preis. Deswegen bestelle ich da halt ganz gerne auch mal bei AliExpress irgendwelche Kleinteile. Und habe ein paar Schrauben mitbestellt. Und zum Glück hatte ich tatsächlich so ein 12er Pack von diesen Bremsscheibenschrauben dabei. Ja, und dann noch eine Sache vor der Achse. Ja, wir haben hier leider, man sieht es dann auch gleich von der anderen Seite ein bisschen besser. Wir haben hier diesen, ja, wie soll ich sagen, wie ich finde, unbeliebten Schnellspanner. Ja, es ist so, wie ich immer sage, die 5 mm Schnellspannachse. Ja, das mag für 20 Zoller mag das reichen, wenn man da jetzt nicht wirklich mit ins Gelände geht. So von der Power her ist es jetzt auch nicht so. Wir haben ja hier 250 Watt in Dauerleitung. Dauerleistung steht auch so auf der Homepage. Von daher ist es tatsächlich eher so ein Straßenfahrrad. So richtig Gelände kann man damit jetzt nicht fahren. Dazu fehlt natürlich einfach die Power. Also kommen wir mal so ein bisschen zu den Daten. Wir haben einen 250 Watt Heckmotor. Wir haben eine 7 Gang Schaltung. Die kann man auch bis 25 kmh, wo das Ganze abgewiegelt ist, sehr gut fahren. Also ich fahre so Gang 6, Gang 7 beim Treten mit bei 25 kmh. Das sind so die Grunddaten vom Akku her. Muss ich jetzt gerade mal echt überlegen. Da bist du auch 48 Volt. Das hätte ich gewusst, aber 15,6 Amperestunden reichen für 70 bis 110 km Reichweite. Das ist außerdem die Updated-Version. Gibt es aktuell bei Vakole im Shop für 1.199. Ich denke mal, es ist schon ein ganz guter Preis. Link unten wie immer in der Videobeschreibung. Von den Reifen her haben wir hier, ja egal wie ich stehe, ich stehe immer so ein bisschen im Licht. Wir haben die CST BFT in 20x4. Ja, vom Profil her muss ich sagen, ist das Ganze auf jeden Fall schon so ein bisschen ältere. Natürlich ist es ältere. Man kann da wirklich überall gut mitfahren. Egal ob jetzt Asphalt, Strand, Wald. Das geht überall. Und wem es aufgefallen ist, wir haben hier lackierte Schutzblecher. Also nicht einfach nur so schwarz. Das hatten wir schon bei anderen Vakole-Modellen so sehen können. Also da auch von der Optik her. Also Vakole hat so einen bestimmten Stil bei allen Fahrrädern. Das ist immer so ein bisschen dieses grau-orange, lackierte, fette Bremsanlage. Und dann auch noch, achso, die sind aus Metall. Wenn die aus Metall sind, dann auch immer noch mal so ein bisschen lackiert. Lichttest habe ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht machen können. Und ich wollte noch sagen, wir haben Handgas, das auch jetzt erstmal bis 25 kmh unterstützt. Das ist so das Einzige neben der Lichtanlage, weil wir haben jetzt vorne, vorne und hinten, also vorne und hinten haben wir keine Reflektoren. Wir haben auch nur einen gelben Reflektor pro Speiche. Da sind wir gerade so ein bisschen bei der STVO-Konformität. 25 kmh abgeriegelt, 250 Watt Motor haben wir, aber wieder dieses Handgas. Ja, es zu verbauen ist nicht wirklich verboten. Man darf es aber auch nicht wirklich bis 25 kmh nutzen. Also informiert euch da lieber noch mal selbst. Man kann es natürlich ganz einfach abbauen. Das sind hier zwei Schrauben. Eine hier, eine hier. Kabel trennen. Und dann kann man das Ganze auch schon abbauen. Und man kann hier auf der Straße wunderbar auch ohne Handgas fahren. Wir haben einen Speed-Sensor. Das heißt, wir brauchen ungefähr so eine halbe Pedalumdrehung, bis der Motor unterstützt. Ja, ich habe mir auch ganz ehrlich gesagt einen Drehmund-Sensor gewünscht. Aber gut, das ist jetzt nochmal ein Fatbike, was jetzt stark reduziert ist von 1,6 auf 1,2. Und optisch eins der schönsten 20 Zoll Fatbikes, finde ich. Kommen wir zum Thema Sattel. Ja, sieht jetzt erstmal fett und bequem aus. So, ja, wie soll ich das sagen? Also auf dem Weg hierher habe ich schon nach einem Kilometer gemerkt, Ah, entweder sitze ich falsch oder vom Sattel her. Also, naja, man muss sich an jeden Sattel erstmal gewöhnen. Wacole hat immer von der Polsterung ein bisschen mehr gegeben als andere. Muss ich mal gucken. Vielleicht habe ich heute einfach sowieso einen schlechten Hintern-Tag. Heute ist der Tag des schlechten Hinterns. Ich musste gerade, wer kennt die Serie The Rookie, an den Zivilkleidungstag denken. Heute ist der schlechte Hintern-Tag. Ich weiß auch nicht. Manchmal gehen in meinem Kopf so komische Dinge ab. Kommen wir mal zur Schaltung. Hier haben wir das Garne, das Garne. Hallo. Hier haben wir, bäh, und jetzt auch noch ein Haben. Und hier haben wir das Ganze. Und zwar sieht man hier den Schaltkranz, die Kassette. Das ist eine Töni TZ. Kann man hier dann, egal wie ich mich bewege heute, ich stehe immer irgendwie falsch in der Sonne. Ja, da haben wir es. Töni TZ. So, sieht natürlich jetzt, wo es neu ist, alles noch gut aus. Und funktioniert auch alles wunderbar. Die Kette ist noch frisch gewachst. Und dann den ersten Blick auf den Lenker. Hier haben wir dann die Schaltzentrale. Ja, das ist so. Hier auch nochmal Handgas. Ja, und hier kann man dann hochschalten. Und hier kann man den Einwisch wieder hochschalten. Das ist so der Vorteil. Ansonsten wirklich hochwertig. Sieht das Ding immer nicht aus. Ich weiß nicht. Es ist so das Günstigste, was man bei 7 Gang halt einfach verbauen kann. Und ja, natürlich, wenn man will, kann man es umbauen. Genau, 7 Gang Schaltung, wie gesagt, die funktioniert dann auch sehr gut. Bis 25 kmh. Ja, wir haben einen Speed-Sensor mit 5 Unterstützungsstufen. Den habe ich jetzt noch nicht ganz durchgespielt. Aber es ist ungefähr so. Unterstützung Stufe 1, 10, 11 kmh. Unterstützung Stufe 2, 14, 15. Unterstützung Stufe 3, 17, 18. Stufe 4, so 21, 21. Und erst in der Stufe 5 fährt man dann auch die 25 kmh. Ja, das Display ist, gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Wir haben dann hier den An- und Ausschalter. Und dann, haben wir ihn? Oder haben wir ihn nicht? Oder haben wir den unteren An- und Ausschalter? Haben wir überhaupt einen An- und Ausschalter? Sonst sollte der obere sein. Okay, gucken wir nochmal, drücken wir den. Ah, so und dann haben wir hier auch, okay, ihr seht, das Display ist lichtstark. Es ist zwar noch die Morgensonne, aber so, typisch war Cola. Also das CO20 Max hatte ja auch schon ein ähnliches Display. Das Display ist jetzt erstmal so auf den ersten Blick scharf. Bei Tag gut lesbar. Also das ist auch schon mal wieder ein fetter Pluspunkt im Vergleich zu anderen Modellen. Gucken, ob wir hier ins Menü reinkommen. So, Trick 15. Oder wie sagt man, Trick 17, genau. Plus und Minus gleichzeitig gedrückt halten. Funktioniert hier nicht. Okay, muss ich nochmal genau nachschauen, wie man denn hier ins Menü reinkommt. Aber hier sieht man dann unten fünf Unterstützungsstufen. Oben rechts Akku. Unten zwei Kilometer bin ich gefahren. Sogar 2,3. Hier wird die Geschwindigkeit in der Mitte angezeigt. Also das sieht erstmal gut aus. Vom ersten Eindruck her, wie gesagt, ich teste die Fahrräder ja alle immer ein bisschen länger und weiter. Weiter zum Lenker. Das sieht jetzt erstmal, wie ich finde, ordentlich aufgeräumt und schick aus. So, dann haben wir hier, das ist immer so ein bisschen, ja. Also man kann, ne. Aus dem Weg bitte. Ja, ist ein bisschen peinlich. Aber was soll ich machen? Eine Klingel war jetzt hier leider nicht am Start. Und dann hat man hier bei Vakole auch immer, da weiß man in Deutschland immer wenig mit anzufangen. Blinker links ist erlaubt seit diesem Jahr. Blinker rechts. Jetzt sind aber keine Lampen verbaut. Und dann haben wir hier fürs Licht, ne. Auch Vakole typisch, haben wir diesen On-Off-Schieber, ne. Für das Licht vorne und hinten. Darf man, wenn man das Fahrrad abstellt, nicht vergessen abzustellen. Denn, ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir gucken mal eben, was passiert, wenn wir anmachen und das Fahrrad ausschalten. Oh, das Licht ist dann auch aus. Okay, das war glaube ich bei irgendeinem Modell schon mal anders. Okay, also der Schalter ist jetzt doch wieder in Kombination. Das heißt, wenn wir das Licht anlassen mit dem On-Off-Schalter, geht das Licht aber aus, sobald sich das Fahrrad abschaltet. Okay, das war beim, boah, war es das S-CO20 Max. Irgendein Vakole hatte das bis zuletzt nicht. Und da durfte man das halt immer nicht vergessen, das dann auch wieder auszuschalten. Ansonsten zieht das natürlich so ein bisschen den Akku leer, wenn man es vergisst. Kommen wir jetzt endlich mal zur Bremsanlage. Kommen wir zur Bremsanlage. Sieht man schon, so ein bisschen Moped-like hier. Fühlt sich auch entsprechend an. Und hier ist tatsächlich wieder DOT, also DOT 4.1 oder DOT 5. Beides ist möglich. Also richtige KFZ. Wie soll ich es anders nennen? Bremslösigkeit aus dem KFZ-Bereich, Auto, Motorrad. Also nicht diese Mineralöl-Flüssigkeit, wie man es normal von den Fahrrädern her kennt. Sondern hier ist dann tatsächlich wieder die richtige Bremsflüssigkeit verbaut. Auch das ist so Vakole-typisch. Das haben die, glaube ich, bei fast allen Bikes. Fette Bremsen, die greifen mit fetter, weiß ich warum fetter, aber mit richtiger Bremsflüssigkeit. Das ist so, wenn man nach Besonderheiten sucht. Die Lackierung, die Farbe und die Bremsanlage, das ist dann immer so Vakole. Vakole, also wer kräftig beißen möchte, mit einer geilen Optik, der also beißen, in den Asphalt beißen, um anzuhalten. Der ist dann bei Vakole immer genau richtig. Oh, es ist gar nicht so schwer. Okay, ich hatte schon deutlich schwerere. So, das Ganze einmal umgedreht und da die Straße schief ist und es jetzt sonst umfallen würde, musste ich es auch ein bisschen weiter an den Rand stellen. Ja, stört mich ein bisschen. Ich hätte es gerne weiterhin so stehen gehabt wie vorher. Ja, das ist so mein innerer Monk, aber ich denke, euch stört das auf jeden Fall nicht, denn ihr wollt ja das Fahrrad sehen und euch nicht damit beschäftigen. Wie finde ich das jetzt, dass das Fahrrad hier so halbwegs am Straßenrand steht? So, die Bremsanlage, 180er Scheiben mit geilen Bremssätteln von Cuthead, nenne ich es jetzt mal wieder. Steht natürlich dann auch entsprechend so. So, seht ihr mal? Ja, das muss ich nochmal ein bisschen anders hinstellen. Das ist ja ansonsten, so, soll ja nicht umkippen. So, und jetzt nochmal ein Blick mit der Morgensonne. Also die Morgensonne steht jetzt hier im September schon wieder, oder was heißt sie, steht sie schon wieder? Sie steht sehr, sehr tief. Das ist jetzt erstmal wieder eine neue Herausforderung für mich als Filmemacher. Man muss immer auf die Sonne achten, ne? Also die Sonne ist, wenn man draußen filmt, immer wichtig. So, 180er Scheiben, ja fett, geil lackiert. Ja, mega, vorne und das Ganze dann auch nochmal hinten. So, einmal scharf gestellt, hier ist der Bremssattel. So wie es aussieht, ist das eine Zweikolbenbremsanlage. Also ein Kolben auf der linken Seite für den inneren Bremsbelag und ein Bremskolben außen für den äußeren Bremsbelag. Ja, und die Scheibe sieht entsprechend dick aus. Also das ist auf jeden Fall auch wieder vom Durchmesser nochmal wieder eine Nummer besser, eine Nummer stärker als das, was man so bei den Standardfahrrädern hat. So, ein Blick auf den Motor. Habe ich, glaube ich, bisher noch gar nicht gemacht. Wir haben hier jetzt keinen Bafang gelabelten, sondern einen Vakola-Aufkleber drauf. Und hier, wenn man es dann lesen kann, so, 48 Volt. Okay, und noch ein paar CE-Prüfzeichen natürlich auch dabei. Das ist vielen auch immer, wie soll ich sagen, nicht gerade unwichtig. Hat das Fahrrad denn ein CE-Prüfzeichen? Ja, ohne CE-Prüfzeichen wird das am Hafen gar nicht durch einen Zoll kommen. So, deswegen hier eins, zwei. Man kann es gar nicht übersehen, drei. Also ich habe direkt, ja, direkt hier vorne Nerven, direkt zwei am Lenker. Und hier, einfache CE-Aufkleber. Ja, kann man auch bei Ebay kaufen. Genauso wie diesen 250 Watt-Aufkleber von Bafang. Kann man auch bei Ebay kaufen. Ich habe ihn mir bisher noch nicht bestellt, aber ich lese das immer wieder in den Kommentaren. Beim MG600 hat auch mal irgendwann einer kommentiert. Von Lanke Leisi. Einfach, ja, Polizeikontrolle. Ganz easy. Gar keinen Handkast dran gehabt. Und 250 Watt-Aufkleber von Ebay. Die haben gar nichts gesagt. Also scheint da wohl auch zu funktionieren. Wenn man einfach den, die Aufkleber selbst bei Ebay kauft. Aber, ja, so ausgeliefert sind auf jeden Fall CE-Aufkleber vorhanden. So, habe ich irgendetwas noch nicht erwähnt. Die Lampe, genau, haben wir uns noch gar nicht angeguckt, ne? Die Lampe vorne. So, ich habe jetzt, sieht man so ein bisschen, ich habe sie mal so ein bisschen anders angebaut. Sieht so ein bisschen sportlicher aus, ne? Ich weiß nicht, ob es so gehört oder ob ich es die letzten Male immer richtig gemacht habe. Ja, von der Optik her, ähm, ja, müssen wir schauen. Es steht auch was drauf. Und zwar steht hier oben, was heißt das? So, jetzt aber Star Union Wuxing heißt das Ganze. Okay. Und dann gucken wir auch hinten nochmal, ne? Hier haben wir den, ja, jetzt leider nicht mehr so ganz in der Sonne. Ähm, diesen Rückstrahler kennt man auch. Erkennt man auch auf Bildern ganz gut. Sieht man auch in weiteren Videos von mir später noch beim Lichttest. Wie gesagt, man erkennt sofort, wir haben keinen roten Reflektor hinten. Habt ihr auch eben gesehen, wir hatten jetzt nicht wirklich irgendwas vorne. Haben wir Bremslicht. Das ist hier dann auch nochmal interessant. Wenn es aus ist, auf jeden Fall leuchtet nichts. Nichts Display anschalten. Und, achso. Ja, wir haben Bremslicht. Ich habe links gerade kein Bremslicht, weil, äh, bei mir ist das hier gerade so, dass hier diese eine rote Stecker ab ist. Hier oben ist der Gegenpart. Das ist der Stecker vom, ja, vom Bremshebel. Der ist irgendwie so ein bisschen zu kurz montiert. Das heißt, ich kriege die nicht so wirklich zusammen. Deswegen muss ich da nochmal so ein bisschen, äh, selbst am Kabelbaum rumdingsen hier. Damit das Kabel so die richtige Länge hat. Das ist, wie gesagt, das kriege ich jetzt nicht zusammen. Aber ist, wie gesagt, nur der Bremslichtkontakt. Ähm, den habe ich auf der rechten Seite auch nochmal. Der ist dann dazu da, um Bremslicht anzuzeigen. Und natürlich den Motor abzuschalten, wenn ich bremse. So, damit er dann nicht weiter runterstützt. So, da haben wir das schöne Fahrrad. Das sieht echt gut aus, ne? Ja, habe ich schon was Negatives gesagt? Muss ja auch immer sein. Mir fällt aber gerade nichts ein. So, das Einzige, wo ich wirklich sagen würde, okay, das gefällt mir jetzt gar nicht. Äh, äh, ja, äh. Ich weiß gerade wirklich nicht. Es ist ein Fahrrad, was mich optisch überzeugt. Also, ich mag hier tatsächlich den Einstiegsbereich. Ich mag den, also, wie das Ganze hier unten optisch geregelt ist. Da haben wir nicht so diesen typischen, diesen Mittelmotor-Imitation. Ich mag den Lenker, den ganzen Vorbau. Äh, die Akku in, also, wie der Akku mit eingebaut ist in den Rahmen. Der Gepäckträger ist auch in Ordnung. Er ist nicht zu fett. Da müssten eigentlich alle deutschen, Handtaschen wollte ich schon sagen, alle deutschen Fahrradtaschen irgendwie mit ranpassen. Siebengangsschaltung, gut, ist Standard. Ja, also, wir haben zu wenig Power. Wir haben hier wirklich absolut reguläre 250 Watt. Das merkt man beim Fahren. Bis man die 25 kmh erreicht hat, dauert das ein bisschen. Also, so richtig Gelände ist mit diesen 20 Zoll nicht so möglich. Natürlich kann man über Wiesen fahren, durch den Wald. Man kann hier übers Feld, könnte man fahren. Aber wenn ich so richtig mal an so einen Bergauf im Gelände denke, da ist man ganz schnell an der Grenze. Und deswegen macht es auch wenig Sinn, jetzt zum Beispiel über die Vordergabel noch ein paar Worte zu verlieren. Es ist absolut Standard, sieht aus wie beim CO26. Man kann das Ganze öffnen, also dass sie starr ist oder dass man halt Federungen hat. Auf der linken Seite kann man das Ganze dann noch ein bisschen weicher und härter stellen. Das hat bei Vakole bisher immer auch funktioniert. Man hat zwar diesen mechanischen Rückstoß richtig im Gelände. Hatte ich zumindest bei den ganzen anderen Vakole-Fahrrädern. Ja, Federgabel vorne, wie gesagt, das ist jetzt nicht die hochwertigste. Aber das Fahrrad ist gerade für 1200 Euro echt günstig, muss ich sagen. Und dafür, wenn man damit leben kann, dass man erstmal keine Reflektoren hat, dass man keine Klingel hat und eventuell den Hupenknopf deaktivieren muss. Und dass noch ein Handgas verbaut ist, was man deaktivieren müsste. So, damit muss man erstmal leben. Der Akku ist jetzt mittelgroß. Mit, was waren das, 16,5 Amperestunden. Ist okay. Man muss den Akku zum Laden ausbauen. Und ha, da haben wir was Negatives. Es gibt jetzt hier tatsächlich auf der Seite keinen. Und auf der Seite gibt es auch keinen Anschluss, um den Akku im eingebauten Zustand zu laden. Oh, ich dachte schon, ich finde hier nichts. Also, kein Klappern, kein Schleifgeräusch der Bremse. Also auch nochmal wieder positiv. Ja, es ist nicht so, dass ich das Fahrrad unbedingt verkaufen will. Ich will einfach nur sagen, hey, falls ihr einen 20 Zoll sucht, warum nicht darüber nachdenken, auch das SG20 in den engeren Rahmen zu nehmen. Also, es ist bisher das, es ist unter den Top 3, würde ich jetzt sagen, von allen 20 Zoll Fertbikes, die ich habe. Also, da wäre auf jeden Fall noch das Mockwheel, das Goria ist da noch mit bei. Okay, eigentlich auch das Hemivay, wie heißt das, was ich da habe? Ich habe einen Hemivay 20 Zoll, okay, das ist auch noch mit bei. Und dann das V20 von C-Maysfield, okay, also es ist in den Top 4. Okay, CO20 Max, das Allrad, okay, in den Top 5 ist das auf jeden Fall mit dabei, von den 20 Zoll Fertbikes, die ich bisher getestet habe. Ich werde es weiter testen und nach 500 Kilometern irgendwann werde ich wahrscheinlich sagen können, okay, das gefällt mir doch nicht. Das hat angefangen zu klappern, das ist abgebrochen und, 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 und. Ja, aber ansonsten, glaube ich, habe ich erstmal alles gesagt für so einen ersten Eindruck. Falls ihr jetzt Fahrszenen sehen wollt, schaut euch nochmal das Intro an. Nein, in ein paar Tagen, also nach dem ersten Eindruck, kommt dann immer das Vorstellungsvideo auf meinem Hauptkanal. Also diese zwei Videos mache ich safe zu jedem Bike, erster Eindruck und das Vorstellungsvideo auf meinem Hauptkanal. Und danach kümmere ich mich erstmal so um die 26 Zoll Fertbikes. Wenn ich mit dem Thema irgendwann fertig bin, kommen auch Reichweitentests zu den 20 Zollen Fertbikes. So ein Reichweitentest ist immer nicht ohne, ne, da fährt man den ganzen Tag rum. Aber so ein 500 Kilometer Review kommt in der Regel auch, wenn ich es dann irgendwann geschafft habe, die 500 Kilometer voll zu machen. Das, ja, eigentlich wollte ich früher 1000 pro Fahrrad fahren, aber habe ich irgendwann geschafft. Ich gemerkt, ich schaffe das gar nicht. Jetzt bin ich bei 500 und merke schon wieder, ich schaffe das gar nicht. Also rechtzeitig, ne. Deswegen kommen die Videos immer ein paar Monate später nochmal. Aber ich bleibe dran. Ansonsten jetzt erstmal, wie gesagt, der erste Eindruck ist rosig. Und vor allem für den Preis. Also für den Preis kriegt man deutlich schlechtere 20 Zoll Fertbikes. Vor allem diese ganzen Klappräder. Auch von anderen Herstellern. Also, ja, Klapprad würde ich nicht nehmen. Also das ist wirklich jetzt, wo ich denke, boah, das ist... Wacole. Gerade überall Preise reduziert. Auch das CO26 ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich sage wie immer... Achso, bei Wacole gibt es auch einen Rabattcode. Kleine, einen kleinen Rabatt für euch, wenn ihr über meinen Link kauft und den Rabattcode nehmt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich sage wie immer, ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.